Hallo und herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Heute stelle ich euch das Kartenspiel Parade vor. Ziel des Spiels ist es, am Ende möglichst wenig Karten gesammelt zu haben, indem ihr eure Handkarten clever an die Kartenreihe in der Tischmitte anlegt. Und so bereitet ihr alles vor. Mischt zunächst alle Karten und verteilt an jeden Spieler fünf verdeckte Handkarten. Dann nehmt ihr die nächsten sechs Karten und bildet mit diesen eine Kartenreihe in der Mitte des Tisches. An diese Reihe werdet ihr jetzt im Spiel eure Handkarten anlegen. Die restlichen Karten legt ihr als verdeckten Nachziehstapel links neben dieser Reihe bereit. Und zu guter Letzt nehmt ihr den Zahlenstreifen und platziert diesen so unter der Kartenreihe, dass über dem Feld 7 der Nachziehstapel liegt. Und dann kann es auch schon losgehen. Beginnend mit dem Besitzer des Spiels seid ihr fortan abwechselnd am Zug. Und wer an der Reihe ist, führt immer folgende vorgegebenen Aktionen durch. Als erstes sucht ihr euch eine Handkarte aus, die ihr dann rechts an die Zahlenreihe anlegt, also über das Feld 0. Die Kombination aus Farbe und Zahl der von euch soeben gespielten Karte gibt jetzt an, welche Karten in der Kartenreihe sicher sind und welche ihr einsammeln müsst. Die Zahl eurer Karte gibt dabei an, bis zu welchem Feld des Zahlenstreifens die Karten sicher sind. Ich habe jetzt zum Beispiel eine 4 gespielt, also sind alle Karten über den Feldern 0 bis 4 sicher. Von den Karten außerhalb dieses sicheren Bereiches müsst ihr jetzt alle Karten einsammeln, bei denen die Farbe mit eurer ausgespielten Karte übereinstimmt und bei denen der Wert kleiner oder gleich dem Wert eurer ausgespielten Karte ist. Schauen wir das mal in meinem Beispiel an. Ich habe eine blaue 4 gespielt. Es gibt zum Glück keine blauen Karten in der Reihe, also muss ich da schon mal keine einsammeln. Aber Karten, die 4 oder niedriger sind, muss ich jetzt einsammeln, sofern sie nicht im geschützten Bereich sind. Zum Glück ist die 0, die 1 und die 4 jeweils im gesicherten Bereich und ich muss nur diese schwarze 1 einsammeln. An dieser Stelle verrate ich euch bereits gern, dass die so gesammelten Karten euch am Ende des Spiels Minuspunkte entsprechend ihrer Zahl bringen. Ihr seht also, eine 1 nehmen zu müssen, ist das kleinere Übel. Und wie ihr seht, werden dadurch Lücken in der Kartenreihe entstehen, die ihr dann immer schließt, indem ihr alle Karten links Richtung Nachziehstabel verschiebt. Und Karten, die ihr durch euren Spielzug bekommt, sammelt ihr nach Farbe sortiert offen vor euch. Warum, werdet ihr euch jetzt fragen? Ganz einfach, bei Ende des Spiels werden Mehrheiten der einzelnen Farben noch eine Rolle spielen. Tja, und solltet ihr die Kartenreihe jetzt noch nicht verschoben haben, weil ihr zum Beispiel keine Karten nehmen musstet, dann ist eure letzte Aktion, die Kartenreihe so zu verschieben, dass das Feld 0 wieder frei ist und eure soeben gespielte Karte eben über dem Feld 1 liegt. Und dann führt ihr eure Handkarten wieder auf 5 auf. So spielt ihr Runde für Runde, bis der Nachziehstabel aufgebraucht ist. Und dann ist jeder Spieler noch genau einmal am Zug. Und das Ganze schauen wir uns einfach nochmal an, indem ich ein paar Züge durchführe. Ich war gerade am Zug, also kommt jetzt der Spieler dran und spielt hier eine 2. Das heißt, 0 bis 2, die Felder sind sicher, alle anderen nicht. Und er muss jetzt alle nehmen, die dieselbe Farbe haben. Rot gibt es zum Glück nicht und die gleich hoch oder niedriger sind. Und da muss er jetzt die orangene 1 nehmen. Dann wird das Ganze geschlossen und er zieht eine Karte nach. Der nächste Spieler spielt eine 10. Damit ist alles sicher, weil bis zu dem Feld 10 alle Zahlen sicher sind. Und das Ganze wird verschoben als letzte Aktion seines Zuges. Und er zieht eine Karte nach. Dann bin ich am Zug. Ich spiele jetzt eine orangefarbene 2, weil ich auch keine anderen besseren Karten auf der Hand habe. Und muss jetzt schauen, welche sind orange hier. Keine, aber die 0 ist niedriger. Also muss ich die gelbe 0 nehmen. Der nächste Spieler ist am Zug. Erstmal müssen wir das natürlich hier wieder nachrutschen. Und spielt eine blaue 0. Das heißt, alle Karten, die niedriger oder gleich hoch sind, ist schwer möglich. Das wäre nur eine 0. Aber alle blauen Karten muss er jetzt nehmen. Und zieht eine Karte nach. Und dann kommt dieser Spieler und spielt eine 10. Und dadurch nimmt er wieder keine Karten, sondern alles wird einfach wieder nach hinten verschoben. Ihr seht aber, dadurch wird die Reihe immer länger. Bei Spielende hat dann jeder Spieler noch vier Karten auf der Hand. Denn der Nachziehstabel ist ja aufgebraucht und jeder war eben noch einmal am Zug. Von diesen vier Karten wählt dann jeder Spieler zwei Karten, die er zunächst verdeckt vor sich bereitlegt. Die anderen Karten könnt ihr schon ablegen, wenn ihr das wollt. Das mache ich jetzt einfach mal hier zufällig. Und sobald alle Spieler ihre Karten gewählt haben, deckt ihr die Karten auf und sortiert die euren Kartenstapeln noch hinzu. Ihr seht, es ist clever, dabei niedrige Karten zu wählen. Tja, und dann folgt die Abrechnung. Und da habe ich euch ja bereits verraten, dass ihr jetzt Minuspunkte entsprechend den Zahlenwerten auf euren Karten erhaltet. Bevor ihr diese aber zusammenrechnet, überprüft ihr für jede Farbe, wer die meisten Karten in dieser Farbe gesammelt hat. Machen wir das mal am Beispiel einer Farbe, der Farbe Schwarz. Ich habe zwei Karten gesammelt. Der Spieler hat eine Karte gesammelt und der Spieler gar keine. Also habe ich die meisten und habe jetzt den Vorteil, dass ich diese Karten umdrehen darf. Und diese Karten zählen jetzt in der Abrechnung jeweils nur noch einen Minuspunkt. Super Sache. Und dazu addiert ihr natürlich alle anderen Karten. Und wer so die wenigsten Minuspunkte gesammelt hat, der gewinnt das Spiel. Bestimmt könnt ihr euch bereits denken, dass es bei Parade also vor allem darauf ankommt, die Karten der Mitspieler im Auge zu behalten. Denn nur so könnt ihr rechtzeitig abschätzen, welche Farbe euch Vor- oder Nachteile bringt. Ihr seht, Parade ist ein einfaches, aber sehr raffiniertes Kartenspiel. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spielen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spielen.